Hallo zusammen hier ist wieder Indy vom eKiwiBlog und in diesem Video wollen wir uns mal anschauen wie wir mit Windows einen Akkureport erstellen können, um ein paar Informationen über den verbauten Akku in unserem Gerät herausfinden zu können. Zum Beispiel die Kapazität, die Rest Kapazität, Ladezyklen und wie sich der Akku über die Zeit so entwickelt hat. Das ganze ist zum Beispiel ganz interessant, wenn ich mir ein Gebrauchtgerät holen will, zum Beispiel auf Ebay wird irgendetwas verkauft, dann kann ich zum Beispiel sagen, hey hier schau mal auf diesen Artikel auf eKiwiBlog, mach mal den Akkureport und schick mir den mal zu. Das ist gerade bei Geräten wichtig, wo man den Akku nicht wechseln kann, wie zum Beispiel einen Microsoft Surface, was ich ebenfalls habe und wo wir uns ebenfalls meinen Akkureport dann gleich anschauen wollen. Ja, alles gibt es auch noch mal zum Nachlesen, wie immer Link unterhalb des Videos. Jetzt legen wir los und zwar, wie erzeugen wir den Report? Den Report erzeugen wir über die Eingabeaufforderung und zwar mit diesem Befehl hier. Den kann man sich dann einfach hier am besten kopieren und zwar verwenden wir da den PowerCFG-Befehl, Schrägstrich Battery Report, dann Schrägstrich Output und dann können wir hier einen Pfad angeben, wo eine HTML-Datei mit dem Report hingepackt werden soll. Standardmäßig, wenn ihr den Befehl hier kopiert, dann wird auf dem Desktop eine HTML-Datei mit dem Namen Battery Report angelegt. Das mache ich jetzt hier mal, ich kopiere mir das mal und dann öffnen wir eine Eingabeaufforderung einfach über das Startmenü, fügen den Befehl ein mit Rechtsklick, drücken Enter und das war es auch schon. Der Report wurde schon erzeugt, kommt diese wunderschöne Meldung hier und dann schauen wir mal hier auf dem Desktop, ob die Datei dann auch wirklich da ist. Sie ist da, hier haben wir sie, Battery Report.html und hier habe ich noch eine zweite, das ist dann von meinem Surface, die werden wir uns jetzt mal beide anschauen. Ich habe die Dateien jetzt hier mal geöffnet, ganz normale HTML-Dateien, die sich einfach mit dem Browser öffnen lassen. Battery Report, so geht es los und es folgen so ein paar allgemeine Informationen. Ja, was für ein Computer ist es, was für ein Typ, was für ein Betriebssystem ist installiert und wann dieser Report erzeugt worden ist. Bei mir Surface sieht es analog aus. Hier steht dann Surface, der Typ, Betriebssystem und hier steht dann noch, ob Connected Standby unterstützt wird oder nicht. Connected Standby ist bei diesen Tablet Geräten, wenn ich das Ding einfach zuklappe, dass das Ding sozusagen ja noch Mails empfangen kann und solche Geschichten. Das haben Laptops, wie jetzt hier mein Syncpad normalerweise nicht. Interessanter wird es dann hier im zweiten Punkt, installed batteries. Hier wird mir angezeigt, was für Batterien sind verbaut und was für Typ ist das, was für Hersteller, was ist die Kapazität und wie viel Restkapazität hat das Ding noch. Hier sehen wir zum Beispiel, es handelt sich hier um Lithium-Polymer-Akku. Beim Surface haben wir hier einen Lithium-Ionen-Akku und wir haben dann hier die Kapazität, die Design Capacity, was der Akku ab Werk, wenn er neu ist, im Prinzip haben sollte. Das ist schon mal die erste wichtige interessante Information. Im zweiten Punkt haben wir dann hier die Full Charge Capacity. Das ist das, was der Akku aktuell noch hat, was Windows ermittelt hat. So weit lässt sich das Ding jetzt noch aufladen. So ein Akku nutzt sich ja über die Zeit ab. Das heißt, die Kapazität geht so langsam nach unten und ich habe immer weniger Akkukapazität und hier kann ich dann sozusagen sehen, was ist denn hier die Restkapazität von dem Akku. Wie hat er sich jetzt hier sozusagen zum Schlechteren entwickelt? Wie weit ist er abgenutzt? Hier habe ich auch den Cycle Count. Das sind dann die Ladezyklen, die der Akku jetzt hat. Hier nochmal zum Vergleich mein Syncpad. Da sieht man, da ist die Kapazität schon etwas mehr nach unten gegangen. Ganze 5000 mAh fehlen jetzt schon und beim Surface sieht das Ganze ja eigentlich noch ein bisschen besser aus. Hier auch die Ladezyklen. Es folgt die Recent Usage und zwar, wie habe ich den Computer die letzten drei Tage verwendet? Wann lief das Gerät? Wann war es aktiv? Wann war es im Standby-Modus? Wann war es aus? Und wann war es im Batterie-Modus? Und wann eben auf Strom? Strom ist dann hier AC. Da sieht man jetzt hier, dass ich das Surface die meiste Zeit an diesem Tag hier am Stromnetz hatte. Dann mal kurz auf Batterie, allerdings nur sehr, sehr kurz. Dann ging es hier ein bisschen nach unten, die Kapazität. Und so kann ich sozusagen nachvollziehen, wie habe ich denn den Akku bzw. das Gerät die letzten Tage hier verwendet. Hier kann ich zum Beispiel auch sehen, hier hatte ich dann mal das Gerät mal zwei Stunden lang auf Batterie. Und da habe ich das tatsächlich geschafft, innerhalb kürzester Zeit von 100 auf 26 Prozent zu gehen. Das kann einerseits bedeuten, dass der Akku schon ein bisschen schwächer ist. Oder in dem Fall weiß ich jetzt hier, da hatte ich einfach recht intensiv was auf dem Surface gemacht, was sehr viel Rechenpower benötigt hat. Und da ging das dann entsprechend nach unten. Da kann man dann auch sehen, okay, wenn ich so ein Surface da richtig hart rannehme, dann sinkt der Akku ziemlich, ziemlich schnell und ich kann da gar nicht so lange dran arbeiten. Das Ganze haben wir hier nochmal als Diagramm, auch hier die letzten drei Tage. Und diese rote Linie hier zeigt sozusagen an, wann ging es mit dem Akku nach unten und in welchem Zeitraum. Hier sehen wir ganz schön hier dieses, wie es ganz rapid nach unten geht. Das ist das, was ich hier gerade gezeigt habe, diese zwei Stunden hier. Ja, es folgt eine Usage History. Da kann ich sozusagen sehen, was Windows so ermittelt hat. Wie habe ich den Computer die ganze Zeit verwendet, seitdem ich Windows installiert habe. Es geht ziemlich weit zurück unter Umständen. Man sieht jetzt hier, hier geht es los letztes Jahr im März. Da habe ich tatsächlich das Ding zum ersten Mal hier bekommen und eingeschaltet. Und da sehe ich dann quasi, wie sich das Ganze hier so verwendet hat, wie lange ich den verwendet hatte, wie lange er hier zum Beispiel im Standby-Modus war. Solche Sachen kann ich dann hier rauslesen, sowohl im Batteriebetrieb als auch hier im Netzbetrieb. Und die Liste kann dann unter Umständen schon recht lang werden. Auf meinem Thinkpad hier, da ist die Liste relativ kurz. Warum? Weil ich hier vor ein paar Tagen erst Windows 11 installiert habe. Und dann beginnt sozusagen die Zeitrechnung nochmal von vorne ab der Installation von Windows, ab der ersten Betriebnahme von Windows. Ja, es folgt die Battery Capacity History. Die ist ebenfalls recht interessant. Da kann ich dann sozusagen sehen, wie sich die Batteriekapazität über die Zeit so entwickelt hat. Wie das sozusagen langsam ein bisschen weniger wird. Wie gut ließ sich der Akku noch aufladen. Wir haben hier die Design Capacity. Die hatten wir oben schon, was der Akku ab Werk haben sollte mindestens. Und hier sehen wir dann, was er sozusagen hatte oder wie weit konnte das Ding sozusagen aufgeladen werden am Anfang. Und da sieht man, das hat hier tatsächlich sogar ein bisschen mehr. Da ist so ein kleiner Sicherheitspuffer anscheinend noch drin bei den Akkus, dass die einfach ein bisschen mehr Kapazität haben als angegeben. Damit sie einfach da noch ein bisschen Puffer im Prinzip haben und länger halten. Wenn man jetzt hier nach unten scrollen, sehen wir, wie die Kapazität hier langsam ein bisschen abnimmt. Man sieht hier auch solche Ausreißer hier drin. Das heißt, diese Werte sind nicht so 100% genau, aber geben so ein bisschen ein Indiz, wie denn die Akkukapazität mit der Zeit abgenommen hat. Hier sehen wir die Battery Life Estimates. Estimates heißt Schätzungen. Und da sehen wir ungefähr, was hat der Computer ermittelt. Ja, wie lang konnte ich sozusagen mitarbeiten. Zum Beispiel dann hier im Batteriebetrieb, bevor der Akku dann sozusagen leer war. Was hat der Computer ermittelt, wenn ich hier oben auf den Akku draufgehe, so an Restkapazität, da wird ja dann unter Umständen mal angezeigt, hey, du kannst jetzt hier noch drei Stunden arbeiten. Das wird hier im Prinzip angezeigt. Und hier kann ich so ein bisschen rauslesen, wie in meinem Nutzungsszenario, wie weit komme ich da mit meinem Akku ungefähr hin, weil es hängt ja wirklich davon ab, wie ich den Computer verwende, wie schnell der Akku im Prinzip leer ist. Und hier sieht man, es ist mal mehr, es ist mal weniger, es ist mal deutlich länger und mal auch deutlich weniger. Das hängt tatsächlich wirklich davon ab, was mache ich mit dem Gerät. Und wenn wir ganz nach unten scrollen dann hier, dann sehen wir hier, eine durchschnittliche Akkulaufzeit, seitdem wir den Computer im Prinzip haben, hat er jetzt hier auf 7 Stunden 40 dann sozusagen geschätzt. Und das ist dann ungefähr das, was ich so ungefähr dann so im Durchschnitt so erreiche, wenn ich da moderat mit arbeite. Aber man sieht auch, dass es durchaus auch schneller nach unten gehen kann. Ja, das ist der Akku-Report von Windows. Wie gesagt, der geht so weit zurück bis zur Installation von Windows, bis zur ersten Inbetriebnahme. Deswegen ist das hier auch ein bisschen kürzer. Aber ich finde das schon mal sehr, sehr interessant, dass ich da so ein bisschen herausfinden kann, wie steht es denn um die Gesundheit des Akkus, wie viel Restkapazität habe ich dann noch und wie viele Ladezyklen habe ich auf dem Akku bereits drauf. Und ich hatte es ja schon gesagt, wer gebrauchtet, auch Geräte ist das sicherlich auch mal ganz interessant. Gerade bei solchen Geräten jetzt hier wie dem Surface, wo ich genau weiß, ich kann den Akku da selber nicht wechseln. Da ist es dann doch ganz interessant, wenn ich zum Beispiel von einem Ebay-Verkäufer mir das Ganze mal zuschicken lassen kann und dann sehen kann, wie gut hält denn der Akku ungefähr noch. Was kaufe ich denn da? Gut, das war es, was ich zeigen wollte. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und sage Tschüss und auf Wiedersehen. Euer Andy vom Ikibiblog.